Wir haben uns der Schmied, wir sind der Schmied, wir sind der Schmied! Dass ihr mit den Wiener Linien am besten in die neue Generali-Arena kommt, wisst ihr bereits. Fahrscheinkontrolle! Und dass euer Abo auch als Fahrschein bei den Wiener Linien gilt, wisst ihr ebenfalls. Viel Spaß beim Match! Danke! Tschüss! Tschau! Jetzt gibt es die neue Austria-App. Mit der neuen Austria-App könnt ihr euer Abo auf eurem Smartphone hinterlegen und so bequem ins Stadion eintreten. Und noch besser, wenn ihr für ein Heimspiel der Austria verhindert seid, könnt ihr euer Abo digital an Kontakte in eurem Adressbuch verschicken. Eure Abo-Karte oder die normale Eintrittskarte funktionieren natürlich weiterhin. Alle Infos auf fak.at slash mytickets Und hier geht auf! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.